Hallo Wuppertal, wir sind heute wieder beim Flick Flack unterwegs und ihr hört es schon im Hintergrund, heute wird es richtig, richtig laut. Hallo Sunny. Hallo, hallo. So, you are one of the most popular, spectacular acts here in the show. What are you doing with your motorbike? We are jumping with motocross bikes over the globe and doing tricks for the public. Also Sunny hat gerade erklärt, sie haben ja letztes Mal wahrscheinlich schon im Video gesehen, wir haben diese große Kugel beim Flick Flack und darüber springen die Jungs mit ihrem Bike. So, I mean, it's like quite a tiny surrounding here. How do you do it? We are doing this for a long period of time, we are practicing a lot, so for us it's normal to do it every day, it's not so hard, but yeah, it takes a lot of practice and that's how it became better and better. And then you do stuff like this. Okay, ja, der erklärt, das ist natürlich mit sehr viel Übung verbunden in so einer engen Manege wie hier tatsächlich über so eine große Kugel zu springen, aber ich frage mich jetzt schon, ich denke mal, das wird auch kein normales Motorrad sein. I think that this is not a usual motorbike. Actually, it's a normal two-stroke motocross bike, but it's just a little bit modified for jumping, especially suspension. It's made really hard for the jumps, for the impact, because we are jumping long distances and landing really hard. And the other thing is, we have cut seats, so it's easier to do grabs and we have cut plastic, so we can grab our seats and do tricks in the air. Okay. And that's actually all the modifications to the bike. Everything else is a normal motocross bike. Also, ich würde trotzdem niemandem empfehlen, das nachzumachen, aber Sunny sagt, tatsächlich ist das Meiste an dem Motorrad ganz normal, abgesehen von der Federung und dem ganz speziellen Sitz. Denn den Jungs reicht es nicht, durch die Luft zu fliegen, sie wollen dabei dann auch noch ganz spezielle Stunts machen. How many are you in your group? We are four. And you are flying all together? No, one by one. Of course, everybody has his own bike and only the last jump we go, like we do a train, that we go really close to each other and jump really close one to another. But everybody else is jumping all alone, not together. So, I think in training you are also doing other stuff besides jumping through the air. What kind of training do you do? No, the train means that we go really close to each other. That's all. But everybody does different tricks all the time. But it's more spectacular when you see a couple of bikes at the same time in the air than just one bike flying. Also Sunny hat gerade nochmal erklärt, sie sind zu viert bei der Nummer. Jeder macht zwar seine eigenen Tricks, aber um das Ganze noch spektakulärer zu machen, üben sie regelmäßig sehr, sehr eng hintereinander herzufahren und dann eben diese Stunts quasi im Akkord hintereinander zu machen. Und wenn sie das erleben wollen, dann können sie das tun, wenn sie in der Show vorbeikommen und Sunny und seine Kollegen durch die Luft fliegen sehen beim Flickflack. Vielen Dank. Vielen Dank.